Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7699 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich will noch nicht aufstehen. Es ist noch viel zu früh für mich. Ich will noch nicht aufstehen. Es ist noch viel zu früh für mich. Hat dir der Kuchen geschmeckt? Möchtest du noch mehr davon haben? Möchtest du noch mehr davon haben? Das kann doch nicht wahr sein. Warum hast du das getan? Das kann doch nicht wahr sein. Warum hast du das getan? Wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Gläsern für jeden Einsatzzweck. Bildung ist ein lebenslanger Prozess, der es uns ermöglicht, ständig zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Bildung ist ein lebenslanger Prozess, der es uns ermöglicht, ständig zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Bildung ist ein lebenslanger Prozess, der es uns ermöglicht, ständig zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Ich laufe täglich 500 Stufen rauf und runter. Das hält mich fit. Ich laufe täglich 500 Stufen rauf und runter. Das hält mich fit. Ich laufe täglich 500 Stufen rauf und runter. Das hält mich fit. Ich arbeite seit 10 Jahren als Flugbegleiterin auf internationalen Flügen. Ich arbeite seit 10 Jahren als Flugbegleiterin auf internationalen Flügen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das hält mich. Vielen Dank.